Servus, das ist das Team für den neuen Grotesker Magier im vertreten Reich, was aktuell gerade Meta ist. Also wir haben es jetzt 2.20 Uhr. Falls es dazu dann nochmal ein Update geben sollte, halte ich euch natürlich auf den Laufenden. Ihr dürft natürlich 5 mal eure Ulti benutzen. Beim 6. Mal habt ihr 6 Sekunden und dann verschwindet er. Das heißt wir benutzen in dem ganzen Kampf nur 5 mal Ulti und wenn ihr noch 6 Sekunden Restzeit habt, drückt ihr einmal auf Auto und dadurch nutzen alle eure Helden nochmal die Ulti und so wie die Uhr auf 0 ist, verschwindet er ob so oder so und somit habt ihr nochmal etwas Damage rausgeholt. Wichtig bei dem Team ist Sauros 30er Item, Gresol 3 von 9 und Reine mit 3 von 9. Zu den Atefakten kurz. So habe ich es zumindest gespielt und es lief eigentlich ganz gut. Also wir haben auf Sauros das Krieger Relikt, Gresol Auge, Zwillinge Horn, bei Lyka hatte ich auch Auge mit draufgesetzt und Reine natürlich mit Auge. Hier haben wir das Ganze jetzt nochmal in Zahlen und ich lasse das nochmal für euch jetzt durchlaufen. Wie gesagt wir drücken einmal Sauros Ulti. Wir spielen natürlich nicht im Auto Modus. Ganz wichtig, ihr drückt die Ultis erstmal manuell. Also so wie er ready ist, der Sauros Ulti durchdrücken. So jetzt haben wir noch 20 Sekunden und wenn noch 6 Sekunden Restzeit sind, so wie jetzt, einmal Autoplay aktivieren und alle knallen die Ulti raus. Wie gesagt, ihr habt dann noch 6 Sekunden Zeit, bis er sich verpieselt und ja, somit solltet ihr das ganz gut schaffen. Das klappt auf meinen zwei kleinen Accounts auch und ja, falls es doch irgendwie noch was Neues geben sollte an Teams, halte ich euch auf dem Laufenden. Das war es jetzt erstmal. Wir sehen uns. Ciao, ciao.